Wie würde die Ukraine profitieren, wenn Russland keine inaktiven Beriev A50 mehr besitzt? Keine intakten. Sie würde mehr Handlungsfreiheit bekommen. Die A50 sorgt dafür, dass die Russen weit ins ukrainische Hinterland schauen können. Ich habe es ja ausgerechnet. Ich glaube, es waren 400 Kilometer. Wenn wir also eine A50 in 10 Kilometer Höhe haben, kann sie knapp über 400 Kilometer auf ukrainisches Territorium schauen. Das heißt, von hier, das sind gerade mal 300. Das heißt, die Russen können sehen, ob in Poltava ein Flugzeug startet, um hierhin zu fliegen. Wenn hier eine A50 ist. Das heißt, sie haben eine Vorwarnzeit von einer halben Stunde oder einer Stunde, je nach Geschwindigkeit. Oder auch nur 20 Minuten. Legen Sie mich da bezüglich bitte nicht fest. Ich will nicht auch das noch ausrechnen. Sie haben auf jeden Fall Vorwarnzeit. Zeit, um einem Jagdflugzeug, was hier ist, zu sagen. Um einer MiG-31, die irgendwo auf der Krim steht, zu sagen. Not-Alarm-Start. Der geht hoch, geht auf seine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5 oder Mach 2,8. Fliegt in die Richtung, um auf dieses Flugzeug zu schießen, was hier ankommt. Dazu muss es aber erkannt werden, damit der einen Alarm-Start machen kann. Das gleiche natürlich mit Marschflugkörpern. Wenn die das nicht haben, dann erkennen sie halt das Flugzeug erst hier. Dann verlieren sie halt 20 Minuten, 10 Minuten, was auch immer. Das heißt, die Vorwarnzeit für ukrainische Aktivitäten sinkt erheblich und damit ihre Chance, sie abzuschießen. Es sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Marschflugkörper frühzeitig erkennen oder Flugzeuge, die Marschflugkörper abschießen. Was es wahrscheinlicher macht, dass die Marschflugkörper am Ziel etwas erreichen. Denn in Sevastopol muss man ja Luftalarm ausgeben. Damit dort das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte evakuiert wird, die Leute in den Bunker gehen, müssen die erst mal wissen, dass ein Angriff kommt. Und dazu ist es wichtig, dass man den Angriff frühzeitig erkennt. Und überall dort kommen diese Flugzeuge zum Einsatz. Und dann kommt noch hinzu, dass es heißt, die A-50 kann wahrscheinlich Flugabwehrraketen steuern. Das heißt, hier kann eine S-300 Batterie stehen oder eine S-400, die auf das hier anfliegende ukrainische Flugzeug eine Rakete schießt. Aber ihr eigenes Radar kann die gar nicht erfassen, weil hier irgendwo eine Hügel, eine Anhöhe ist. Das heißt, sie hätte keine Chance, das zu bekämpfen. Weder kann sie das Flugzeug anfliegen sehen, noch kann sie die Rakete leiten. Aber hier oben ist ja die A-50. Die sieht es kommen, die schießt es ab und die A-50 übernimmt die Steuerung der Boden-Luft-Rakete und kann ihn so abschießen. All das kann die A-50. Das heißt, ohne A-50 geht das nicht mehr. Und deswegen ist dieses Flugzeug von so unfassbarer Wichtigkeit, dass ein Verlust so, so schmerzhaft ist. Weil das ist im Prinzip ein Multiplikator für alle anderen Flugzeuge. Es selber schießt nichts ab, aber es ermöglicht viel, viel mehr Abschüsse, viel, viel effektivere Einsätze durch die eigenen Jagdflugzeuge, wie aber auch durch die eigene Flugabwehr. So muss und natürlich Vorwarnzeit, ein Schiff, ein U-Boot kann theoretisch, das anvisiert sein soll, kann theoretisch den Hafen verlassen. Es kann sich bewegen und so weiter und so fort. All dafür ist Zeit, wenn man je früher man die Warnung bekommt. Und dafür sind solche Flugzeuge absolut unerlässlich. Und das wird also den Russen richtig wehtun, wenn sie die nicht mehr einsetzen können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.